Musik Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch liebe Piraten, Piratinnen, Klabauter Männer und Klabauter Frauen. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ja, beim letzten Mal hatten wir die Mission Hornygold zu erledigen. Das ist unser Ziel, was wir auch weiterhin verfolgen. Mehr gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Und, äh, ich versuch jetzt mal. Komm, verrecke. Okay, der ist erledigt. Man muss da oben irgendwo sein, das heißt, wir müssen uns da durchcampen. Meine Güte, sag ich nur. Ich mach's momentan wirklich auf die brachiale Tour. Hab ich gesehen, oder was? Ernsthaft? Ich mach' mich. Okay, dann machen wir ihn. Ich schaufte das. Ich schaufte dich. Ich schaufte das woanders. Ich schaufte Dage. Ich schaufte Dage. Ich schaufte Dage. Ich schaufte Dage. Ich habe einen Schlag. Boah, ey. Wie viel denn noch, ey? Boah. Haben wir mal zwei Sekunden Ruhe? Das wäre toll. Auch Bombe, okay. Schlaffpfeil. Meine Güte. Was für ein Gemetzel. Da oben geht's weiter. Das muss nicht hochkommen irgendwie. Ein stümperhafte Wege in der Innensträner. Als ihr diesen Tag überlebt, mein Gott, dann lasse ich euch ausbrechen. Verstanden. Kommen wir nicht hoch, oder was? Ganz dankhaft. Bleibt mit den Rücken zusammen. Ihr Kampf ist nicht vorbei. Hat er allerdings recht. Sein Kampf ist noch lange nicht vorbei. Zwei Schätze hier. Bäm. Und tschüss. So, lass mal gucken, ob wir hier... Machen die hier oben sein? Kann das sein? Ne, sind sie nicht? Okay. Alter Falter, ey. Das ist echt übel hier. Die Mission, hier hat's in sich. Mhm. Gut, dass wir ja so ein... extrem guter... Kletterer und so weiter sind. So, da ist... Kletterer und so weiter sind. Lustig. Kram. Die Metze alles jetzt hier nieder. Wir sind hier so ein bisschen im Blutrausch. Okay. Kugeln in voll. Wir kriegen dich. Komm, du wirst doch wohl da hochkommen. Ich kenne den Bastard und ich weiß, wozu er fähig ist. Er ist hinter mir her. So sicher, wie ich hier stehe. Auf Position. Und seid auf alles vorbereitet. Natürlich. Ah, da ist er, ja. Du warst mal ein Mann, der für etwas Wahres einstand. Nun hast du nur noch ein Mörderherz. Und all deine Fehler brachten dir nichts als Narben. Auf jeden Fall besser als dein Span. Das Herz eines Verräters, der glaubt, er sei besser als seine Männer. Ei, und es ist wahr. Was hast du getan seit Nassau viel. Nicht mehr als Morden und Plündern. Du stehst mit denen im Bunde, die wir eins hassten. Nein. Diese Templer sind anders. Ich wünsch, du könntest das sehen. Doch wenn du deinen jetzigen Weg beibehältst, bist du bald der Letzte, der ihnen auch geht. Und am Ende wartet der Geigen. Das mag sein. Doch nun gibt es eine Schlange weniger an der Welt. Und das ist mir genug. Gut, Verräter sollten nicht überleben. Sehr schön. Ich hätte jetzt ganz gerne nochmal das... ...Dings hier geholt. Zum, äh... Ah, das schon. Die synchronisieren. Unbedingt. Okay. Ich will jetzt nicht unbedingt den Todesstrom hier machen. Weil ich ganz gerne... ...glaube ich... ...versuchen würde... ...hier... ...Kisten hier zu holen. Zwei Stück nebeneinander. Das ist schon heftig. So. Naja, nicht wirklich was. Äh, nicht wirklich viel. Gut. Was müssen wir jetzt tun? Lass uns mal schauen. Wo geht's jetzt hin? Äh, babababa. Wo ist denn... Oh, jetzt geht's zurück nach... ...das Observatorium. Ohoho. Alles klar. Das ist doch mal was. Mysteriöser. Ist aber kein... ...Pinz-Pinz. Okay. Der Verräter ist tot. Da ist doch schon mal was. Da ist doch schon mal was. Autsch. Zurück jetzt zum Schiff. Äh, look for... Käpt'n, die See erhebt sich. Äh, da hat's bereit. Sag nur das Wort, Käpt'n. Okay, da ist ein Boot zum Entern. Gibt mir etwas wahr. Ein Sturm, Käpt'n. Sieht schlimm aus. Wo, 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 wo. Ja. Käpt'n. Klippen direkt voraus. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Stopp. Stopp. Ah, du Kiste. Stopp. Raus aus dem Wind. Ei, 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 ei. Und die Schutten nicht in Pfeilung. Hat sich grad mein Gamepad, äh, ausgescheidet. Worum auch immer. Ja, komm. Versuchen wir uns das nochmal zu holen. Das nehmen wir mit. Wenn wir hier schon mal sind. Oh, doch. Schon zehn Stück. Ah, ey. So unglaublich. Ausgerechnet jetzt versagt mein Gamepad. Sekunde. Ausgerechnet jetzt versagt das Gamepad. Tolle Wurst. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. So. So. Oh, okay. Okay. Come on, bye. Okay, der ist hin. Unglaublich, was ist hier los? Meine Güte. Boah. Was ist hier los? Unglaublich. Da hat man einmal Break. Okay. Ordnung, dann drehen wir jetzt um und verfolgen unser eigentliches Ziel. Full Speed. Gehen wir nochmal an. Ich glaube, es ist eine ganze Menge weg. Eine ganze Ecke. Ah, 4.700 Meter. Geht eigentlich noch. Na komm, gib Zunder. 23er Fregatte. Ja. Komm, wir holen uns das Treibgut. Ja, los. Treibgut. Ja. Ja. Die Fregatte reizt mich ja schon so ein bisschen da niederzumachen, ne? Aber jetzt wieder in Nebel ist das ja so eine Sache. Das sieht man ja so wenig. Na komm. Na, 3600 Meter. Das packen wir. Das packen wir. Schalten wir mal auf Reisegeschwindigkeit. Ah, sieht optisch so toll aus. Könnte man so einen geilen Screenshot von machen. Wenn unten die Minikarte nicht wäre. Wenn man das ausblenden könnte. Aber es geht leider nicht. Was ich extrem schade finde. Na komm. Aber bald, da. Nur zweieinhalb, äh, tausend Meter. Ja, das geht flugs. Gucken wir nochmal. Ah, wir müssen an der Küste entlang an einem Fohr. Na komm. Ja, das weiß ich doch. Immer locker flockig bleiben. Nimm weiter. Was haben wir denn hier? Wow, okay. Damit legen wir uns lieber mal nicht an. Muss nicht sein. Alter, Falter. Bin ja sehr gespannt auf das Observatorium. Oh, oh. Fünf Stück. Riesenwelle vom Steuerbord. Ah. Ah. Ja. Super. Jetzt schießt doch das das Fond auch noch auf uns. Ober- und Bramsegel fieren und dicht holen. Ihr habt doch noch Macke, ey. Ich will doch gar nichts von euch haben. Ja, ich weiß. Ich will aber nichts von euch. Ich will nichts von euch. Ja, ich will doch gar nichts von euch. Eigentlich. Ja, ist doch kein Wunder. Wenn ich schon untergehe, dann wehre ich mich wenigstens noch. Oh. Da ist diese Schwachstelle. Super. Und die Welle kommt wieder von hinten. Ja, das war's. Also gegen eine Monsterwelle und gegen einen Fond gleichzeitig funktioniert das nicht. Das ist nicht möglich. Genau. Ich will gar nicht gegen euch kämpfen momentan. Ich will doch nur zu der Hauptliste kommen. Da will ich hin. und nur irgendwo anders. Ja. Ich will nicht gegen euch. Lasst mich in Frieden. Komm, gib Gas. Ja, und vor uns kommt auch noch was. Eine 23er Fregatte. Oh, ey. Meine Güte. Gegner kommt auf uns zu. Fregatte. Die Farben England. Wir sind zu weit draußen, Captain. Zurück. Sie schickt uns auf den Meeresgrund. Konzentrier dich auf die... Wagen ist auf mich zu hießen. Du willst es unbedingt wissen, ne? Ja, ganz toll. Mann, oh Mann, ey. Jetzt reicht's aber langsam. Nein, wir müssen keine Türme treffen. Ich will gar nichts von euch. Ja, wir wollen entern. Ist klar. Ich will's entern. Ja, 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 ja. Ich will dich entern. Das will ich noch haben. Los, komm. Komm schon. Schnell. Die Feuerkraft ist unglaublich. Halt Anstand. Toll. Mann. Ist doch nicht wahr, oder? Es ist doch jetzt alles nicht wahr. So, jetzt reicht's mir aber. Ohne Umschweife. Egal, was kommt. Schotthorn an die Schotten. Aber, das erst im nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und, ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Head von der Gaming Book TV. Ciao. tsch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020